Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3. Ich spiele heute Call of Duty Modern Warfare 3 und zwar Hardcore Querschläger Herrschaft. Genau das zocke ich heute mal an und schauen wir mal wie mir das Spiel so gefällt. So nein, die Flagge nehme ich nicht ein, sondern... Aaaaaah, perfekt! Erster Gegner, schon eliminiert das Spiel mal nach oben hier mal. Guck mal! Oh mein Gott! Oh ja, 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 ja! Oh nein! Oh, mich hat's erwischt! Oder so. Jetzt packe ich meine Scorpion aus, leg sie an. Ne. Zu unsicher, zu unsicher, jetzt mal nach oben. Oh, ich wusste, dass jetzt das kommt. Ich wusste, dass es kommt. Dass er eine Granate schmeißt! Oh, op! Oh, pff! Nicht aufregen. Nicht aufregen. Nicht aufregen, YouTube Gamescom! so hier bin ich wieder und ich natürlich wieder mit der striker bewaffnet hier reiten gleich nach vorne hier auf die brücke ich glaube ich muss ein bisschen machen ich mache mich schon von oben von oben nach unten so gehört sich das weg nach oben schlammig hoffentlich bleibe ich jetzt nicht stecken so mein ganzer bildschirm ist ja rot hier mama mia ich safte immer noch ich safte noch wie lange safte ich noch wie lange safte ich hier noch ich bin hier nur am bluten nur am bluten endlich gott sei dank er hat mich getötet hat mich von den qualen erleidet hier erlöst so zu sagen ach schützen ach schützen wir mal kein problem das machen wir jetzt mal wie schnell ging das denn jetzt wollte ich gerade nach unten springen so vorsichtig nach links aufpassen dass keine granate geschmissen wird ah das hat weh getan das hat weh getan jetzt muss ich aufpassen jetzt muss ich aufpassen jetzt muss ich auch passen jetzt darf ich kein fehler mach ich glaube ich wache mich mal in die höhle des löwen auuuu auu auuuu auu 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 auaa von oben haa schade aber meine punkte serie wurde leider abrupt beendet Oh, jetzt hat er irgendwie noch eine Flashbang erwischt, eine Flashbang und noch Granaten hinterher, 1, 2, 3 Stück auf einmal. Wieso, ich steh schon dahin, sind die Sniper-Schützen schon unterwegs, das müssen wir machen, wir mal schnell beiher. Ich kann leider nicht lokalisieren, wo die Sniper-Schützen sind, weil es natürlich da kein Intro gibt, wenn ich sterbe. Oh, die schon wieder. Der Sniper-Schütze ist ja, wie im Zweiten Weltkrieg, schön irgendwo versteckt, aber dich krieg ich schon noch, dich krieg ich schon noch. Wenn ich sie nicht kriege, dann kriegt ich der Tod. Ah, nein, das geht so gar nicht. Ich muss springen, das ist die einzigste Rettung. Oh, nicht mal, das hilft mir. Guckt euch das mal an, das gegnerische Team macht hier alle fertig. Perfekt. Hallo Leute, auuuh. Au, ah, warum er, ich, jetzt reicht's mir, jetzt reicht's mir. Aus Fehlern muss man lernen, aus dem Grund packe ich jetzt das Einschatzschild in das Gameplay hinein. Vielleicht habe ich mit dem Einschatzschild mehr Glück. Ja, 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 ja. Oder auch nicht. So, jetzt bin ich mit dem Einschatzschild bewaffnet, schönes Ding. Baff. Ey, du. Ey, du Eierstock. Oh. Meine Fresse, also hier, die Progeberdichte ist sehr hoch hier. Der JIP 313-08 hier, schon 38 Kills, 33 Mal gestorben. Aber der Chaos, Kelius, ist auch nicht schlecht. Äh, alles gute Spieler. So, ich sehe hier die Position des letzten Feindes. Ha, voll erwischt. Voll erwischt, Alter, voll erwischt, Alter, perfekt. Oh, warte mal, ich muss ja gleich ein Let's Play machen. Mit Schwätschke 90. Oh, Schwätschke, Alter. Leider habe ich mein GTA gar nicht dabei. Habe ich ja leider bei meiner Arbeitsstelle vergessen. Sonst hätte ich schon längst GTA gezockt. Na ja, das wird leider nichts. Damit geht hier. Ah! Mamma mia! Aber immer noch erwischt. Flashbang! Perfekt! Perfekt! Perfekt, warum? Italien hat mich ausgescheinert, ja, Nico schießt ja auch schon rum. Perfekt, einfach geil. Los geht's, wir packen natürlich sofort die kleine Pistole aus hier. Machen uns auf den Weg. So. So gut, dass ich weiß jetzt, wo die Feinde sind, weil mir das irgendwie die Position der Feinde angeht, hier. Aha! Perfekt! Hier, Granate! Schnapp ihn dir, Alberto! Ja, das war's eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom. See you later, alle Gelder! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, liebe Abonnenten, Fans und... Schweinehe! Bis zum nächsten Mal, eure YouTube Gamescom. Ciao!